Was gefällt dir der Münchner Fußballschule? Ja. Was am meisten? Die Tricks. Gefällt dir die Münchner Fußballschule? Ja. Gefällt dir die Münchner Fußballschule? Ja natürlich. Was am meisten? Alles. Gefällt dir die Münchner Fußballschule? Ja. Gefällt dir die Münchner Fußballschule? Seit wann bist du bei der Münchner Fußballschule? Von drei Jahren. Was gefällt dir am meisten? Alles. Weitermachen. Seit wann bist du bei der Münchner Fußballschule? Ja. Gefällt dir die Münchner Fußballschule? Die Tricks. Super, mach weiter. Super, mach weiter. Auf. 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 Auf.